Ist das Standardport läuft das Ding dann? Ja, es läuft wie gestern wir auf dem Creativeport. Die anderen beiden Server sind erstmal abgeschmiert, weil DynMap hat da jetzt mittlerweile schon auf beiden wieder jeweils 13 Millionen Null-Pointer-Exceptions geschmissen. Juhu! Okay. Weiter hat man, wie gesagt, Klingelkrall. Jetzt gehts, oder? Ähm, ja. Wie viele Leute sind wir jetzt denn überhaupt, die hier spielen? Also, ja. Ja. User in your channel timed out. User entered your channel. Ja. Noch ein Test? Ah. Ja. Solange bis Heimspeak wieder abkratzt. Gantro, soll ich dir mal erklären, wie das mit dem Sound- und mit dem Mikrofoneingang auf Linux so funktioniert? Hi Hitler. Ja. Ja. Also, wie viele Leute sind wir jetzt hier eigentlich? Wenn ich das richtig sehe, äh... Okay, sieben Leute. Davon... Weiß nicht. Ich will mit dem Schweizer einigen. Okay. User in your channel timed out. Hahaha. Ja. Immer diese Linux-User. Ja, das tolle, vor allem bei mir funktioniert TeamSpeak 3 auf Android. Prima. Genau, mein Tablet mal raus. Los. Los. Ja, das würde ich jetzt auch gerne machen, aber als die Support-Hotline-Tussi letzte Woche behauptet hat, dass irgendwie mal der Check schon gestern abgeschickt wurde, hat sie scheinbar einfach gelogen. Oh, Scheiße. Hast du dein Playbook weiterhin oder hast du das Geld dafür wiederbekommen? Äh... Ich hab vorletzte Woche hab ich da angerufen, da meinten die, ja, wir haben gestern den Check losgeschickt und da kommt die nächsten Tage bei ihnen an. Habe ich ne Woche gewartet, nichts passiert, hab ich da letzte Woche nochmal angerufen, meinten die so, ja, wir haben gestern den Check losgeschickt, der kommt diese Woche bei ihnen an. Und ich werde da jetzt morgen nochmal anrufen und dann werde ich mal sehen, ob die wieder behaupten ein drittes Mal, dass der Check gestern abgeschickt wurde. Das ist alles echt mysteriös da. Aber hol dir mal so ein Tablet, wie ich habe, das schafft voll. Das Ding ist richtig assisch schnell. Was hast du denn jetzt geholt? Einen Galaxy Tab, wa? Galaxy Tab 2, also das neuere. Wie hast du dafür bezahlt? Für die 7 Zoll Version habe ich bei Media Markt wohlbemerkt 229 Euro bezahlt. Du kriegst im Internet sicherlich günstiger. Aber du hast kein, was ist das 4.1 natürlich? Was denn? Warte, du hast 4.0, wa? Und kein 4.1. 4.1 ist angekündigt, also es gibt schon ein Leak. Wie viel hast du? Ich habe einmal 8 GB, ich habe 8 GB intern und SD-Karte kann 64 GB fassen. Und, und, Display ist toll. Ja, das ist erstmal etwas Glas wie beim iPhone. Leite. 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 Und, also ich hatte bisher noch keine Probleme mit Spiegeln oder so. Aber ich denke mal, ich habe es noch nicht im Sonnendicht ausprobiert. Aber das Display ist sehr hell. Wie lange hält das Ding? Wenn ich ganz ehrlich bin, am ersten Tag, wo ich es gekauft habe, ich habe alle Sachen installiert, so 22 Apps, Angry Birds gespielt, WLAN, Daueraktiv und, und, und. Und das Ding war nach circa zwei Tagen in alle. Also ich habe auch Flashpads zwischendurch genutzt für meine One Piece Sachen da im Internet. Also zwei Tage. Ja, ja. Mit MIM, Sky im Hintergrund, Steam im Hintergrund, ich habe tausend Apps offen. Musik zwischendurch. Könnte man sich vielleicht echt mal angucken. Wenn irgendjemand checkt, irgendjemand ankommt. Was ich natürlich doof finde, ist, E-Band, der hat auch genau so einen, ich sage jetzt mal Apple-Connector. Ich kenne eigentlich nur von den iPhones und sowas. So. Das ist so. Das du für ein USB-Hort, also wenn du so ein USB-Stick einstecken willst, ähm, so einen Adapter brauchst. Also es hat nichts, das Gerät hat selber kein USB-Eingangwerk gemacht. Ja, ich heiße ja jetzt nicht Kitsune oder so und für USB-Sticks an mein Tablet dranstecken. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich finde es gar nicht so schlecht, um einen UMTS-Stick ranzustecken. Weil sonst muss ich immer nebenbei mein Handy dann noch, ähm, Dippeln machen. Alter, es gibt doch nichts unergonomischeres, als einen verfickten UMTS-USB-Stick an sein Tablet zu stecken. Ja, das ist ein Team, ne, ich war aus dem Filmfahrt angerufen, sie wollen ihre UMTS-Sticks zurück. Alter, das macht ein ganzer. Oder... Also ehrlich gesagt, äh, äh, äh... Äh, eigentlich ist das eine ganz gute Idee, wenn man mal länger aufreisen ist. Sonst klar, Handy geht auch, aber... dann habe ich lieber so einen scheiß usb stick natürlich nicht einen all zu großen obendran kleben wenn ich überhaupt mein internet brauche also bisher wo ich mit dem ding unterwegs bin habe ich auch eh wlan von daher das ding ist wenn ich eh über 200 euro ausgebe dann würde ich glaube ich doch eher zu nexus greifen also nexus 7 so wenn das denn ich will warum funktioniert das an deinem scheiß thinkpad nicht ich weiß es nicht irgendwie ist mein mikrofon kaputt okay kaputt sicher dass es nicht einfach nicht aktiviert ist es ist aktiviert aber es kommt noch rauschen wie soll denn verficktes mikrofon kaputt gehen ich habe keine ahnung war ich denn bitte rausgeflogen ja was verpennt geht bis immer nicht geflogen deswegen ich hätte nebenbei einem art das gandro und spätestens spätestens 22 uhr mindestens einmal geteilt sein wird und ich habe ja auch mal ja krass war wir sind jetzt ja ich bin ja bloß da und andere store eingeben also ich bin ja gestern umgezogen und hier ist noch ein dsl anschluss aktiv diese 6000 jetzt habe ich einfach mal meinen router dran geklebt und der hat sie natürlich auch eingewählt mit deinen zugangsdaten oder mit fremden oder wie mit meinen zugangsdaten aber über eigentlich über einen fremden anschluss dann wirst du dafür zahlen wie viel ich glaube das wird irgendwie pro minute oder so was abgerechnet auf jeden fall kostet das irgendwie ziemlich viel also das ist nicht ähnlich was jeder verlangt ich bin mir hundertprozentig sicher dass ganz gerade einfach zu blöd ist ein mikrofon einzurichten und irgendwie mit puls audio überfordert ist ja natürlich doof wenn jetzt zwei immer mit ihrem scheiß spinnnetzen ja wie machen wir das jetzt halt team mäßig hier warte mal wer ruft mich an so wir müssen irgendwie wie viele leute meine fresse drei sechs acht leute sind jetzt aber ich weiß nicht ja einer muss den roten knopf hier hinter der wand drücken wenn alle dann in ihr bedrockten sind toni du hast auch ob du kannst ja auch die kreative schwarze was ich kann gar nichts gut gut aber konny ich kann den menschen jetzt gar nichts darüber finden ich kann jetzt nicht garantieren dass das stimmt natürlich ne ok jetzt haben wir wieder abhackt abhackt Leute was macht was muss ich jetzt tun ich hab das ding noch nie gespielt also nochmal wir haben vier bereiche das ist ja ok das ist das sei verstanden mit dem timeout müssen wir uns bewaffnen bis dahin und bauen und so das ist ok das sei einfach verstanden ja so machen jetzt einige hier irgendwie was sie wollen und bauen hier schon Sachen um ja äh ne das ist bloß generell wenn er es rum gehabt will weil es ja noch nicht los gegangen ist im spiel geht das nicht oder wie ne das hat jetzt gar nichts zu tun ok gut bestanden es muss halt einer auf den knopf da drücken auf dem roten bollding und dann gehts los ja erst wenn dann alle in ihrer position sind dann was heißt denn in unserer position also in den vier in den vier hälften vierteln vierteln trifft es eher äh sind da so Löcher Löcher von bedrock dort ist Höhe 2 und die da hinten dann irgendwo ich teleportiere euch dann oder ein anderer ab aber vermutlich werde es ich wieder machen in die Löcher und wenn da wenn es los geht dann den senken die sich ab so dass er rausspringen können ähm ja so langsam geht mir ja ja ganz gut braucht man nicht ich brauche dringend Permissions bei das es geht gar nicht ich kann natürlich jetzt einfach einen ganzen Boden als bedrock machen das mache ich vielleicht auch nochmal jetzt es geht ja gar nicht im Moment haben auch recht total ich und koni so so ähm ähm was da jetzt mit Mr. Gandro ja ja er kriegt irgendwie Mikrofonkommunikation nicht zum laufen dann 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 ja war sie auch nicht ok was sagt er ja er hört uns jedenfalls aber er kann nicht mit uns vokal nicht umgehen äh kommunizieren mann da ooooh sprach nicht wo ja ich meine audiovisuell ähm so gehen äh spielen jetzt alle alle ok jetzt sinds ja user entered your channel ja was achso ok ja ja wir müssen jetzt dringend los machen wer wir jetzt hier mit wem zusammen spielen wie viele sind wie viele sind wir keine ahnung toll ist ja jetzt weg sind sieben leute die auch vermutlich alle spielen toll ja ok bleibt da nicht übrig äh die name tags sind weg ich hoffe mal dass der server mich auch abkratzt wegen irgendwas nein tust du nicht nein tust du nicht ich sehe keine name tags mehr nein tust du nicht nein tust du nicht konnig war noch mal nachgeschaut ähh das ist banane ja dann vielleicht gilt's auch nicht mehr ne ich hab auch noch eine alte zugesdarm Das steht extra drauf, dass ich die nicht weitergeben soll, weil wegen extra Kosten und so, aber ich habe mich hier gerade durchgeschaut und auch recht aktuell, bis nirgendwo von ihr redet. Ey, ich soll jetzt einfach Leute hier mal willkürlich zuweisen, sonst wird das ja nix. Und wenn dann zahlt der Fondsmieter. Los! Weiß uns einfach irgendwie mit jemanden hin oder ist gut? Jetzt hört ihr uns eh keinen. Geht's eigentlich bald los? Jo, ich hab jetzt... Also sonst mach ich mir eben noch ne Zigarette. Nee, jetzt können wir los machen. Dann mach ich mir trotzdem eben ne Zigarette. Man, du da liegt das Telefon! Ist das jetzt Telefrag? Oder was? Stopp, stopp! So... Pony und Gandro sind in nem Zortel. Wir nehmen einfach mal jetzt Zigaretten mit her. Was ist los? So... Wir haben jetzt noch einen Container. Ja... Mit Gandro? Hallo? Ja... Okay... So... Wir sind jetzt noch übrig... Pony und ich... Jo... Und mit wem mach... Äh... Das haben wir halt... Was los? Oh mein Gott... Wer ist jetzt on? Na ihr Lappen! Äh... Schwing mal bitte nicht mehr! Wer ist denn das da? Wer ist denn Arikalis? Hey, Blue! Nicht wegrennen! Oh, okay! Hey, wer ist das? Der aus dem Forum, der Batch, der... der Meme-Typ. Das ist Arikalis? Oder was? Ne, das ist ein Piet. Der gejoint ist. Auf jeden... Spring in das Loch jetzt. Komm, wo spielst du mit? Achso, jetzt kommt von dem Stamm-Farm-Tipp. Ich weiß nicht, ich hab keine Ahnung, den ganzen Scheiß funktioniert. Ich hab seit anderthalb Jahren kein Minecraft mehr gespielt. Ja, komm zu mir, dann lernst du das. B-A-S-D. Also zuerst, der Anfang ist, du musst den Sporm abbauen und drei Beiträge im Forum melden. Warte, ich such mal kurz drei von dir raus. Wie bitte? Ich such mal kurz drei von dir raus, die ich melden kann. Das sind ja nur Beitragsmeldungen, das ist das Problem. Genau, melde einfach die Beitragsmeldungen. Alles schon passiert, alles schon passiert. Das haben wir schon gehabt, das stimmt. Ja, ey, ich stoppe jetzt einfach mal das Spiel hier, okay? Ja, ich guck mal, was ich mach. Ich loch im Kreis. Ich bin in irgendeiner Höhle, äh, in, in, äh, hier. Immer noch in meinem Scheiß-Bunker. Ja, das ändert sich gleich. Wir haben 35 Minuten Zeit. Ja. Geil. Ja, aber die sind ganz schnell um. Keine Angst. Ja, weil du sie doppelt so schnell machst, sammeln wir uns jetzt mal 5. Ui. Ach. Hoshi stirbt. Hoshi stirbt. Was ist jetzt los? Geht's jetzt los, Abi? Ich bin oben, Hoshi stirbt grad vor mir. Äh, Leute, geht das jetzt los, Abi? Ist das? Irgendwas ist jetzt scheiße abgelaufen. Ich wär auch, wär jetzt auch bei einer in der Wand stecken geblieben. Äh, Leute, ich bekomme, äh, ich kann überhaupt nicht sammeln, was ist denn hier los? Was? Bei mir geht alles. Bei mir geht alles. Ich kann nix sammeln. Keine Luft fliegen, keine Ahnung, weil das ist normal und instant abbauen. Okay, du bist, bist du noch im kreativen Modus, dann mach den mal aus, bitte. Kannst du den mal umstellen? Weil ich weiß gar nicht mehr, ich hab keine Ahnung, weil ich hier eingestellt habe. Muss schon lange, lange, lange her sein. Aber das in der Wand, in der Wand ersticken, das ist jetzt echt scheiße. Was sind das eigentlich für coole Kisten? Ja, das sind vorgefertigte. Da ist so Zeug drin, dass sie sonst nur auf einem Mobs sind. Also, Monster sind deaktiviert. Wie ist doch mal sprechendem? Ah, okay. Ja, irgendwie hat das... Ich hab's nicht noch mal näher getestet, aber... Ja, weil ich ihn dir angemacht hatte, damit du rumfliegen kannst. Auf welchen, äh, ich teleportiere einfach an deinem Viertel noch mal wieder rein, okay? Ich glaub... Ich glaub... Ich mach mal Fullscreen, was ist los? Oh... Ähm... Teleport, Bamboo, Spacey, Kusty... So... Haut euch nicht! Wer spielt denn jetzt zusammen? Ich mit Hoshi. Äh... Wer mit Hoshi? Ich... Ich... Bin... Wer sonst... Blue... Ich frag mich, wo Badge abgeblieben ist. Hier halt zu spielen ist uncool. Was bedeuten eigentlich die Kisten hier, wo Sachen drin sind? Ist das normal? Ja, das weil du... Weil... Weil... Weil wir Monster nicht spawnen. Also... 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 Im Prinzip muss ich mir jetzt Waffen bauen und keine Ahnung was, ja oder weh? Das Ziel ist es, die anderen zu töten. Ja... Bambus... Sammeln... Egel... Material... Glaub ich... Keine Ahnung... Okay... Als einzige Größe... Ach... Gibt's Verstecke? Ja... Hier gibt's auch Verstecke. Die Verstecke... Wie darf ich mir das vorstellen? Äh... Das sind noch verschiedene Kisten... Verstecke... Ich hab mein Versteck! Ähm... Äh... Eigentlich wollten wir ja für jedes Foto einen eigenen Channel jetzt machen, aber... 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 So macht das einfach mehr Spaß. Ja... Dann höre ich wenigstens, wenn Anna stirbt. Das ist mal in die Kiste geschlossen, ne? Ich auch. Die doofe ist, ich bin jetzt mit Batch zusammen, mit dem ich überhaupt nicht kommunizieren kann. Huh... Der Scheib ist hier! Ich... Ich... Ich verwarne seinen Beiträge in Echtzeit. Jawoll! Hab gewaschen, Anna. Hab gewaschen. Und warum muss ich hier jetzt alleine machen? Weil... Bei... Acht... Sieben Leuten einer übrig sein muss. Weil... Kommoder Drecks Wessi nicht mitspielen will. Ja... Also... Total, der Bayer. Jetzt einfach im Rage Mode. Los! Äh... Erstmal hier neu pflanzen. Ja... Ah... Irgendwie... Ich bin... Alleine... Macht's umkrieg. Ja... BTF! Was? Das! Achso, okay. Begiss es. So... Nachdem ich jetzt schon Horn und Muten komplett habe, mir die Leute einzurichten. Wir sind schon bei 30 von 35 Minuten. Doch, gut. Besser für mich. Aber ich hätte jedenfalls verkannt werden. Ja, gut. Ich glaube, fast unser erstes Duell tragen wir ja fast mit Steinschwertern aus. So wie es aussieht. Also bis jetzt habe ich Holz. Ja, ich mache auch gerade eben erst meine erste Pickaxe. Wenn ich erst mal meinem Typ hier hinterherlaufen muss und ihm das Brot nachschmeißen, dann wird er nicht wieder erst mal angeschissen kommen, wenn der Hungerbar sich leert. Ach was, du hast den besten Spieler, DOSM. Ja, ich weiß. Er macht definitiv auch keinen Ragequid, wenn er dann in irgendwas als erstes erst mal ertrinkt. Wobei Ragequid ernst, äh, schrecklich gemeint ist. Ey, ich habe Kohle. Kohle, 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 Kohle. Warum kriege ich für die Kohle keine Erfahrungspunkte, ist das scheiße? Du warst nicht ausig genug. Ja, ja, ist Glücksspiel, ich weiß. Was ist Glücksspiel? N, äh, zufällig, wieviel Erfahrungspunkte du für Kohle kriegst, aber... Ich habe kein Holz mehr. Sind nur leider meine eigene. Knacks, knacks, knacks. Ich sehe Batsch, achso, ne, der ist ja an meinem Team. Ah, gestern habe ich einfach nur gecampt. So, trotz halt, dass wir hier mal Eisen schicken. Alter! Was? Du, mach das mal, stell das ab. Was? Ja, dein Push-to-Talk ist zu sensitiv. Echt? Ich will mal einer hier das Hühnchen mehr brauchen. Was? 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 Deh, hätte ich mir getan, das gibt's nicht. Okay, jetzt ist es auf extra sensitiv gestellt, das bringt es auch nicht. Ja, ich hab du es erst mal genudelt, bis der verklärt ist. Ich hab schon Push-to-Talk an. Was stehst du so in der Scheiß Gegend rum, mach was, bitch. Also, ich glaub hier ist Überström als erster Stern. Oh, ey, hallo? Lack oder dick, lack oder dick, lack. Quinten! Was denn? Ich mach doch gar nichts. Du überträgst Dauer gerade alles. Nein, ich hab Push-to-Talk drin. Doch, tust du. Bei mir aber nicht. Ja, bei uns irgendwie schon. Ich muss dringend, das Teamspeak hat ja irgendwie Text-to-Speech, das man wenigstens sich vorlassen kann. Lesen lassen kann, wer das ist. Also mit Dinox hab ich das noch nicht zu laufen bekommen. Wo ist der Scheiß-Depp? Der hat mir ganzen Windfahrten geklaut. Wir können jetzt nicht mal uns, äh, bloßweise am Ende hat er vermutlich Bogen und ich hab den Pfeiler. Also mit Dinox hab ich den Pfeiler. Wie lange noch? Äh, 22 Minuten. Also 22 Minecraft-Minuten. Wie, und was ist das in echter Zeit? 22 Minuten, ah, 27,2 Sekunden. Frag mich nicht warum, das sind Prim zu allem. Was ich hier mit Ihnen? 3 Minuten, um alle Spiele zu uns. Ich weiß, es wird nur ein Spiele zu uns. 3 Minuten, um alle Spiele zu uns. Das steht vor Anseim, boah. Waren eigentlich auch Team-Chit in Minecraft? Ja, das wäre ja schön, wenn es das gäbe. Okay, gut. Aber nicht. Wie geht das denn? Slash-M, glaube ich. Oder W. Musik 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 Das war's für heute. Danke! Zeit? Schau mal! Mach bitte! Ich bin gerade unser Tag! Wo ist ein Tal? Weg! Der ist eh nur Zuschauer sonst! Ich glaube der kann die Zeit nachgucken! Ja! Ich bin gerade! Ich bin gerade das Pfein. Wichtiges! Ich bin gerade einmal auf dem Haus. User entered your channel. . . . . . . . . was sind die zeit zu spät 16 minuten so 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 Das war's für heute. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ach ja, ich habe ja Push-To-Talk. Ich bin am Verhungern. Es ist eh zu spät, weil ich halt tot bin. Toll. Sachen habe ich in die Kiste gelegt. Würdiger Tod im Wasser, was ist los? Ja, ich hatte aber noch ein heißes Herz. Moin. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Yeah, GOOD. Okay. Ich bin der Gute. Oh, okay. Ich bin der Gute, weil ich da bin. Ich bin der Gute. Ich bin der Gute. Oh, okay. Ich bin der Gute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 User disconnected from your channel. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ja, die brechen irgendwie komischerweise aus, die können irgendwie durch die Blätter gehen oder sowas. Bögen dich halt nicht mehr. 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 Ich weiß nicht, Pre-Kip, weg damit. Ich hoffe, der Typ hat echt... Ich weiß nicht, dass der Typ ist. Der Typ hat wenigstens... Ich glaub, er hat keine Strategie. So wie es. Wie lange noch? Ja, anderthalb Minuten vielleicht noch. Spreaker sagt Null. Oh. Sandfeld! Ich weiß nicht, dass der Typ ist. Ich weiß nicht, dass der Typ ist. Jetzt laufe ich auf einmal schneller. Ja, mit W läuft man schneller. Wie mit Doppel-G. Doppel-Fee. 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 Oh mein Gott, was hat er gericht. Bei wem spielt ein Hoshi zusammen? Mit hinten, nicht? Hört man mich überhaupt? Ja. Das Ding hatte keinen Tama. Oh mein Gott. Oh, ey. Unfair, ich schreib' gerade und da kommt der Arsch. Ach man. Wer ist tot? Ich bin tot. Was ist denn damit zu antworten? Wer hat dich getötet? Hombus, wer denn sonst? Ok, der Typ läuft auch, ne? Ich komme nicht mehr auf den Werder. Ah doch, jetzt. Ja, aber ok, ok. Ich habe, ich muss zugeben, ich habe äußerst limitierte Titel. Mein Kollege hat hier meine gesamten Ressourcen erstmal aufgefuttert. Alle Chests leer gemacht und dann steht er so 10 Minuten vor der Werkbank. Man hat keine Ahnung, was er macht. Und dann ertrinkt er. Oder? Wie ist er gestorben? Ah, fuck, fuck, fuck. Wer kämpft jetzt eigentlich noch? Ich bin tot. Ich sitze in der Falle meiner eigenen. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Hier. Ich bin tot. Ich bin tot! Oh toll, meine Pickaxe ist kaputt, als darf ich Steine mit einem Schwert durchhauen. Irgendwie hatte ich Ganbruchs ganze Sachen, irgendwie, aber jetzt nicht mehr. Boah, mein Pickaxe ist jetzt kaputt, da schlage ich schon Steine mit einem Holzschwert. Keine Ahnung, was 278 ist, aber es klingt sehr overpowered. Ich bin ja auch schon raus. Macht Bescheid, wenn in der Runde losgeht. Ja. Ja, können wir da mal andere Map nehmen? Ja. 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 Ich glaube... Wo sind ... ich... Ich bin ... ich... Also, du lebst noch Prozent, oder? ja aber ich denke selber also meine meine falle ist extrem dämlich ich hatte gerade noch okay hier ist noch explodiert ich glaube dass nun reingelassen ich bin am umpflegen wir ersten jetzt in das tnt reingelaufen also ich bin ich bin ein baum für dich das kann nicht sein oder ich kann ja so viel beraten ist unterirdisch ja dann war es nicht ich habe auch keine werkzeuge mehr ich habe nur noch ein schwer das ist scheiße ja trotzdem kämpft immer bis zum schluss und nicht wahnsinn